einen wunderschönen guten tag und willkommen zu einem weiteren stream mit schnitt und zwar testen wir heute einmal mist survival an ich war mussten spiel reparieren kleiner stern ein spiel reparieren okay ja wir sind natürlich gerade wieder im stream dabei der chat läuft gerade ganz gut ich wollte das spiel mal antesten um zu gucken ob das let's play tauglich ist wahrscheinlich ist es tauglich aber ob es für mich tauglich ist aber erst mal das wichtigste auch ist schon alles auf ultra okay ich dachte ich bin ich dachte ich drehe jetzt mal alles auf hoch aber ist wohl schon erledigt ich sehe jetzt natürlich nicht ob die auflösung stimmt aber ich gehe mal auch mods wieder ganz machen das kenne ich irgendwie so von minecraft und skyrim wenn einfach mit den mods mal schief hängt dann meistens habe ich dann keine lust ist mehr zu reparieren sagen wir mal so display ah nee wir sind prolle wir brauchen 4k und zwar als vollbild aber auch aha er kommt fausung nehmen aber hin bzw fps limit finde ich auf 60 gar nicht mal so unattraktiv den rest lasse ich einfach mal so wow ich habe die auswahl zwischen englisch und englisch ich glaube ich dem englisch so controls keine ahnung wir werden sehen sims new game ich weiß übrigens auch nicht worum es geht ich glaube es gibt neben und der ist tödlich drei jahre in der vergangenheit ein mysteriöses ding ist passiert ein mysteriöser nebel ja hat eine menge ecken auf der welt wie soll ich das sagen hier umzählen will ich sagen mir fehlt gerade das wort dafür man und ich bin zu langsam ich gehöre zu den wenigen die immun sind gegen den nebel ich überlebe in einem kampf kampf in einem camp mit anderen ok 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 oh bei arg wenn man damit wenn man die ganzen DLCs installiert hat und auch noch große mods dann macht das neue runterladen richtig spaß je nach internet leitung so basic survival guide stamina regeneration rate will slow down wenn fertig ist was ist fertig ok da hat mein englisch skill ist gerade am ende angekommen was ist fertig also stamina ist ausdauer höh ja gut aber 250.000 ist schon mal ein anfang also das ist schon eigentlich eine gute leitung für sowas für deutsche standards auf jeden fall ah guten abend baumstriker vielen dank fürs dalassen 11 monate schon alter immer schon weitermachen er geht raus so jetzt nochmal jetzt habe ich keine spontane antwort kriegt auf meine frage was dieses fach ich muss das jetzt tatsächlich bei eiskalt in den übersetzer eintippen das ist ein wort was ich jetzt auf die schnelle noch nie gehört habe oh wow google schreckt jetzt mir nach zwei buchstaben vor stammt aus dem französischen sprachgerauch und bedeutet müdigkeit ach so ach gottchen ja ist ok ja ist ok aber 250 auf dem dorf wird wahrscheinlich zwei dritt kupfer sein da sind die datenraten zumindest relativ stabil das ist so so shelter management entsprechend finde ich also ich finde so 250 über zwei dritt kupfer auf dem dorf lohnt schon auch die 40 im upload je nach anwendungsgebiet sind auch immer ganz praktisch you can manage your base by interacting with the house symbol ich habe eine base uuuh was zur hölle ist das denn also jetzt vom ersten bildchen endet mich das in irgendwelches smartphone spiele ja der fehlt mir auch aber der wächst wieder ich bin ja froh dass er wieder relativ dicht ist ich weiß nicht ob du da was mit gesehen hattest das ganz frisch passiert war das war absolute katastrophe ich habe mich so unwohl gefühlt when you enter the base management screen you can choose to change the active base and manage the survivors in your base das klingt ja wirklich wie so ein smartphone spiel ich habe eine base kann leute anstellen die kümmern sich drumrum ah ok das spiel also ich bin jetzt schon etwas überrascht mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet so überhaupt nicht nebel event the arrival of the mist also die ankunft des nebels bringt neue gefahren du musst dich vorbereiten infizierte können nur outdoor kommen in der nacht achso infizierte können dich ausschließlich draußen angreifen oder tagsüber wenn der nebel da ist das ist denn ihre jagdzeit oh ich werde angeplöscht ach Katze ich habe die Tür zugemacht ne mach's dir hier gemütlich erstmal oh ihr merkt schon ich bin heute mal ganz durch den Wind ich hoffe das auch dass es so schnell läuft äh Entchen äh so weapon and tools bow and arrow ja gut fein und bogen ey du willst aber nicht schon wieder mit aufs bild oder ach hier au ah so wir machen heute mal wieder Katzenvideos nur so zur Info äh ein guter bogen kann benutzt werden für das jagen von Tieren da 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 ah Katze warum musst du auf die Schulter naja besser auf die Schulter er neigt dazu sich einfach auf die Tasse zu ja so was machst du da ich habe keine Ahnung was hier gerade passiert ach 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 warte mal höhere Level äh ach hier ich weiß was äh wie heißt das Ding hab ich bei Scum auch Köcher höher 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 gelevelte Köcher können mehr ja ja das ergibt Sinn Mining oh cool Gold Kupfer Eisen Zink Sulfur ja da kannst du bleiben Katze das ist in Ordnung 3P ok how to get brass warte mal äh aus Kupfer und Zink würde ich mal ganz stumpf sagen irgendwo zusammenrühren ne ja ha gucke mal Kupfer und Zink oh und tschüss Katze ah die Krallen schön in die Schulter hab dich auch lieb so Metal Meld Managers oh wahrscheinlich also große Schmelze und so aha ja 2 äh 2 zu 1 ja Standardverhältnis ne eigentlich nicht 3 zu 5 ah ist nicht ganz korrekt glaube ich aber passt schon ok danke für die Hinweise Spiel willkommen im Spiel Säge Stock einen harten Stock Nast Stein Structure ey ähm also nicht wundern ich hab es noch nie gespielt nix vorbereitet oder sonst was wenn ich ganz komische Dinge tue ihr kennt es das gehört irgendwie dazu bei mir oh ist das die Real-Time in den Minuten oder ist das die In-Game-Zeit wuuh warte mal Construction shelter ein kleines Häuschen wuh schick ok ich hoffe mal das Spiel nehmen wir nochmal ein bisschen mit mehr an die Hand oh Rucksack kann ich nicht aufsetzen Inventory Slot has been upgraded plus 2 Slots uuh das heißt ich sammle Rucksäcke also ich sammle jetzt mal alles ein weil ich glaube irgendwie das hat schon Sinn und Zweck was wir hier tun oh einen wunderschönen guten Abend Zauberer Graf was musst du nicht arbeiten haha küsschen äh 1,9 Liter Sprit ok Skill ok egal wo ich hinklicke das ändert sich nichts ist ok ist ok ich hab das Auto offen deswegen zeigt er mir das an doch die Alerts sind an wieso also ich hab auch hier Abo vom Striker und vom Stern da oder oder meinst du ob du keine Alerts naja gut dann hast du vielleicht was falsch eingestellt drei hülser okay 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 essen und trinken hat das denn das jetzt einfach mitzunehmen nein wir sind eh nur zum antesten hier also sollte es dumm sein ist das dann so was haben wir hier shelter command open shelter command mode to manage the survivors of this shelter you can change base shelter by pressing set as base das ist einfach mal gehen Häuser kann ich bäume schlagen ja im inventar dann bestimmt wie rüst sich sowas aus ok das spiel überfordert mich noch ein bisschen aber es ist in ordnung kann man das hier looten ne cola werkzeuge ja mir fehlt noch mir fehlt noch die inspiration was ich tun soll upgrade inventory nice normal zwei slots mehr okay dieses rucksack suchen finde ich ja jetzt schon super cool aber ich habe bei dem auto ja gesehen dass es benzin hat motor und zustand ich kann mir also vorstellen dass man autos reparieren kann und das wäre gut dann gucken wir mal unser erster kampf läuft ich habe das gefühl dass das nicht nicht so schlau war du lost the items while you nur die habe ich ja noch tatsächlich okay ja hier reifen batterie motor zündkerzen benzin glaubt es nicht dass wir das hübsch machen könnten wenn wir eine waffe machen ich hätte gerne waffe da weapons und speer ja gut und wie mache ich das ist das hier vorne noch brauche ich das als werkzeug bevor ich das machen kann ich brauche also ich vermute dass ich ein messer brauche um einen stock anzuspitzen damit sperr wird okay ja hier kann ich nämlich aus den holzstämmeln mit der säge bretter machen okay das heißt aber unterm strich dass ich einfach nichts machen kann außer eine fackel die ich gerade auch nicht machen kann das heißt wir laufen eigentlich nur rum ja hier sind ein paar hot sticks Come on. Okay. Ich könnte das Wasser trinken, aber da steht unsafe dran. Das heißt, es wird bestimmte Möglichkeiten geben, es abzukochen oder so. Hier wäre drin. Ja, wohnen wir. Aber solange ich jetzt keine Waffe habe, kann ich da glaube ich auch nichts machen, ne? Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einfach, also vermutlich, einfach mal rumlaufen. Und hoffen, was zu finden. Wie weiß ich, kann ich Pfeil und Bogen machen? Kann ich nicht, ne? Oh. Okay, es geht. Jetzt kann ich, jetzt geht hier auch was durch, okay. Okay. Nö, aber wirklich machen kann ich nichts. Dieses große Haus hier sieht ziemlich cool aus, aber ich gehe mal davon aus, das wird auch bewohnt sein. Oh, schade, ich kann aber nicht fahren. Physik. Immer wieder schön. Uh. Da ist ein Sobol drüber. Auch. Hä? Was ist das? OpenShelter-Command? Gehört mir das? Okay, ich kann einfach klicken, dass das mir gehört. Okay. Ja, das ist ja hässlich. Da ist sogar Blut drin. Nehm das einfach mal mit und pack's zusammen in einen Schrank. Wow. Nehmen wir mal oben links. Da packe ich erst mal... Komm, lass uns einfach mal alles reinpacken. Mal einen von den Riegeln mit. Lass' ich mal bei mir. Ich nehme auch den Stick mit. Okay. Das Riegel lass' ich mal hier. Einen Hammer. Und Revolver-Money? Okay. Crafting Tools. Okay, 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 okay. Jetzt hab ich die Bandage reingeschmissen, ne? Das ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Die Revolver-Money kann da rein. Okay, es ist interessant. Ach, die Ehre-Stabilität. Okay, ist das hier sowas wie Horde-Events oder so? Wer, Moni? Ich kann jede einzelne Schublade durchgucken. Wow. Äh. Okay. Das ist auch cool. Also, scheinbar haben wir jetzt erst mal ein Haus. Das muss man nochmal... ...irgendwie dazu erwähnen. Hier drüben war ich? Ja. Noch was? Nö. Ah. Okay. Okay. Sehr spannend, sehr spannend. Irgendwie noch Reifen. Nix im Tank? Aber das auch so können wir fertig machen. Ich schätze mal, desto ist das Symbol auch rumdrüber. Satzreifen im Kofferraum zufällig? Nö. Oh. Aber ich glaube, das ist ordentlich platt. Okay. Und doch jetzt hier irgendwo... Warte mal. Irgendwie... Wollte ich doch jetzt an der Base auch irgendwas craften, oder? Wird das das so toll? Nicht anfangs gesagt. Warte, war sie hier. Ich nicht wissen. Sollte von euch irgendwie Input oder Tipps so möglich sein. Ich würde mich tatsächlich drüber freuen. Muss ja erstmal... ...verstehen, in welche Richtung sich das hier überhaupt entwickelt. Ich sehe gerade bei meiner Verletzung am Bein, wenn ich laufe, zerstöre ich den Regenerationsprozess mit. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, das auszusetzen, oder? Das ist ärgerlich. Und wie gesagt, Waffen habe ich auch noch nicht. Ach ja, B war das Baumenü. Das wollte ich doch haben. Ach, Mist. Workshop. Rückbench. Okay. Also ich habe einen Hammer. Ich könnte... Wir könnten uns tatsächlich... ...so was bauen. Obwohl, nein, ich komme nicht an die Holzstämmer rein. Ich habe ja keine Axt. Oh. Das sieht hier jetzt auch ein bisschen wild aus. Ich will immer Tab drücken, um ins Invent her zu kommen. Nix drin. Okay. Komm noch nicht rein. Okay. Zeuge nehme ich mit. Okay. 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 Das ist cool. Das ist verdammt cool. Ich bin jetzt hier von diesen... ...Komponenten recht viel. Also es fühlt sich nach recht viel an. Gib mal her. Okay. Benzin mit. Wie viel passt da rein? Ich schätze mal also so... Ich vermute mal so um die 20 Liter wäre, glaube ich, angebracht. Die Räder sehen auch gut aus. Sind aber, glaube ich, ein bisschen groß fürs Auto. Ist eine Autobahn hier oder so, ne? Interessant. Sehr interessant. Ja, gib her. Ja, Durst. Ich glaube, ich könnte... ...Ula mal trinken hier. Au. Das war übertrieben, glaube ich. Ja, ich glaube... ...die Kohle haben wir übertrieben. Ich glaube, wir hatten nicht genug Durst. Da hätte man mehr rausholen können. So. Ist er hier bewohnt oder eher nicht so? Oh. 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 Ein Stein. Ja, danke. Also bei Scum könnte ich diese Kisten hier looten. Da bin ich ja sogar noch im Rucksack hier irgendwo versteckt. Sicher auch nichts gegen einzuwenden. Also wir machen das die ganze Zeit auch gerade erst mal im Schneckentempo. Da sich das Bein erstmal holen muss. So. Okay. Jetzt bin ich hier hochgesprungen. Oh. Das hat mir einfach nichts gebracht. Okay. 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 Detail-Schrott. Das hatte ich in irgendwelchen Rezepten schon gesehen. Das nehme ich mit. Kiste hier auch. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Wieso kann ich nichts mehr mitnehmen? Habe ich eine Gewichtsbegrenzung? Ich kann auch gerade mit nichts interagieren. Oder die Dinge sind nichts im Interagieren. Ja gut. Das Spiel ist ja auch irgendwie noch... Early Access. Hier geht es wieder. Was haben wir denn hier? Essen? Wie ducke ich mich? Ah. Ja. Bisschen Dosenfrucht. Oh. Hier dabei jede einzelne Schublade. Was haben wir hier? Neun Millimeter. Und das hier geht nicht auf? Okay. Oh. Also ich gehe davon aus, das wird hier auch anständig Schusswerfen geben. Ich habe jetzt neun Millimeter. Ich habe Gewehrmunition. Ich habe Schrotflindenmunition. Revolvermunition. Holzkohle. What? Weil ich Platte habe. Was gleich nicht mehr der Fall ist. Oh, Rucksack. Oh, schön. Aber hier? Noch mehr Schroblinde. Upgrade Inventory. Jawoll. Okay, das... Konzept dahinter... Finde ich ganz sympathisch. Das ist cool. Auch noch was? Oh, hier kann man so schnell was übersehen, ne? Eigentlich müsste ich jetzt schon wieder nach Hause und alles... wegbringen, weil mein Inventar einfach gleich voll ist. Okay. Ich snack mal nebenbei was. An dem war ich schon. Mein Werkzeug. Anrad? Ich wiederhole, man kann jetzt so schnell was übersehen. Eat. Oh. Gut, gut. Ich lasse die Steine hier. Also, Nahrung läuft. Läuft. Läuft gut. Da kann ich nicht reingucken. Ich muss auch gerade sagen, ich verstehe gerade nicht das Heilen da oben. Leicht verwundet am Arm. Das Symbol sieht schlimmer aus als das von davor. Habe ich was falsch gemacht? ja und wie mache ich das ich verstehe es nicht wie ich kann die fantastischen verband in die hand nehmen ok ich habe keine ahnung wie das geht ist okay das sieht so ein bisschen nach map ende aus gibt es die map also zumindest nicht auf m jetzt mal schön die toiletten gucken nicht dass sie immer noch einen rucksack reingestellt hat also zusammenfassend muss ich schon mal sagen ich habe noch irgendwie gefühlt nichts verstanden ich habe keine ahnung wie ich mein verband verwende das inventar ist voll gut das ist was positives das inventar ist voll wenn es nur auf dem loot gibt und ich loote ja für gewöhnlich ganz gerne das ist schon mal was positives war ich hier drin ob da war das essen drin das ist schon mal ok ok ja da kann ich mit leben erst mal schön der 4 gefunden ok ein bisschen mehr munition dafür haben wir noch zu hause dann haben wir dran in dem schrank ich glaube da haben wir hier das lager soweit fertig zumindest wisse ich jetzt auf die schnelle nicht was man hier ist also gut es ist natürlich sehr gut möglich dass wir einfach röfzig sachen übersehen haben das ist gar keine frage aber es fühlt sich doch schon mal gut an das ist nicht gespritzt ist ganz schön anstrengend also ich werde die leiste jetzt mal beobachten und nebenbei mal ein bisschen sprinten hier sind doch autos die man bestimmt looten könnte den habe ich schon gelootet er geht nicht genau das erinnert mich gerade ein bisschen an scum den nehme ich mit sehr schön okay ist überall noch was drin aber ich glaube das hauptproblem sind erstmal die räder beziehungsweise ich glaube ich muss auch einen motor reinsetzen irgendwie ich glaube so auto auf die schnelle wird eh nix einen wunderschönen guten abend duck gaming ja ich ich tue zumindest so als wenn ich mist spiele bis jetzt verstehe ich hier herzlich wenig bis gar nichts mein inventar ist voll aber grundsätzlich ja ich glaube ganz hab ich spiele das das ist ja gerade einfach nur studien also ich meine zum thema spielen ich bin unfähig zu unfähig einen verband zu benutzen ich bin verletzt habe verband weiß aber nicht wie man das macht das ist richtig toll dafür habe ich schon rausgefunden wie beim benzin abzapft das ist ein denkmal auch sieht aus wie denkmal ja jawoll das habe ich doch gebraucht für ein speer oder nicht ähm ich will mal gucken speer craft ich will mal gucken ich will mal gucken ich will mal gucken ich will mal gucken ich will Also eine M4 und Speer. Cool. Cool, cool, cool. Ich schmeiße die jetzt einfach raus hier. Ähm. Okay, da kann ich noch was dran. Ich lasse die Blätter mal hier. Da gehört er nämlich mit. Dosenfutter nehme ich auch mit. Ich sehe gerade, für ein Fahrzeug brauchst du Sprit, vier Reifen und Zündkerze. Slot habe ich aber auch für den Motor und so ein Gedöns. Aber ja. Sprit habe ich. Ich würde auch mal sagen, wir bringen den ganzen Kram auch mal nach Hause. Weil auch das Konzept mit der Base und dem Nachhause hat sich mir jetzt noch nicht ganz erschlossen, aber wir haben halt ein Zuhause. Jetzt ist das Bein auch schon wieder aufs Hellfeeling. Ach, das Symbol sieht schlechter aus als das davor. Ach da, links wohnen wir. Also ich habe jetzt ein Speer, das finde ich schon mal gut. Wenn ich das richtig sehe, das Sprinten zerstört mein Heilprozess auch nicht. Ich würde es nur machen, wenn ich es übertreibe. Also einfach ein bisschen sachte mit dem Shift und dann passt das schon. So. E-B-B-Tank. Chill-Tank. Tada! So, wir haben sieben Liter in unserem Auto. Es gibt auch NPCs auf der Map, die dich angreifen, wenn du zu nah kommst. Von denen bekommst du aber auch einen Sniper mit ein wenig Glück. So ein Scharfschützen, der klingt grundsätzlich jetzt nicht allzu verkehrt. So, auf jeden Fall packe ich erstmal wieder ein bisschen Kram in Küchenschränke. Ich würde da nämlich gerne mal versuchen, mit dem Speer einen von diesen Infizierten kaputt zu schlagen. Unsere erste Begegnung verlief ja nicht so richtig gut. Ach. Ich glaube, ich sollte hier schon anfangen, Ordnung reinzusetzen. So, dass hier nie was. Hallo, Mr. Freshnate im Lurk. Und vielen Dank fürs Abo. Fünf Monate. Was, hier ist noch? Gewehr-Money? So, hab ich da jetzt auch noch reingepackt? Okay, okay, okay. Die NPCs haben in ihren Basen auch Gefangene, die du befreien kannst. Das klingt cool. Nee, da hab ich viel Namen gefunden. Zack, zack. Da geht's, ich weiß, wie der Verband funktioniert. Könnte ich den genauso gut hier lassen? Den Kanister nehme ich mit. Oh. Oh, lass uns mal. Oh, warte mal. Das Tutorial hat mir gesagt, Nebel ist nicht gut. Oh, oh. Was ist doch der Nebel? Oh, das ist jetzt Nacht. Ich sollte jetzt wahrscheinlich nicht raus, ne? Okay, 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 okay. Nicht schlafen? Warte mal. Das Haus, in dem du bist, kannst du als Base benutzen. Ich kann ein Bett bauen, um die Nacht zu überbrücken. Ah. Bett. Ah, Basic Shelter. Ist nicht ganz ein Bett, aber... Hier ist noch was. Ah. Uh. Ah. Das können wir vielleicht sogar machen. Ich glaube, ich glaube nicht, ne? Wir haben nämlich keine Loks. Wir haben aber ein paar Bretter schon gefunden gehabt. Drei Stück. Ah. Ich hätte mehr mitnehmen sollen. Ich hatte die nicht mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass ich damit anfangen soll. Ah. Soviel dann zum Bett. Ich brauche ein Bett. Damit kann ich ja meine Müdigkeit auch, äh, heilen. Oh, Mann. Eine Axt kann ich nicht machen, ne? Hä? Hä? Nein. Geht nicht. Eine Werkbahn. Vielleicht kann ich da was machen. Generatoren für elektrisches Zeug? Uh. Wie cool ist das denn schon wieder? Okay. Ah. Auch dafür brauche ich. Bretter. Das heißt, wir sollten eigentlich nochmal raus und gucken, ob wir Bretter finden. Oh. Mein Ziel ist es jetzt erstmal eine Axt zu finden. Aha. Ziel ist es erstmal eine Axt zu finden. Damit die könnte ich mit Glück im Wald finden. Campingplätzen. Uh. Das ist doch mal eine Anzahl. Problem war bis jetzt, ich verstehe halt noch nicht so ganz, was ich hier wie tun soll, aber das ist schon mal gut zu wissen. Ich sehe auch gerade die Aufnahme schon wieder bei 53 Minuten. Ich würde einmal Richtung YouTube sagen, für die, die das dort schauen, machen hier einmal einen Schnitt und ich wechsle einmal die nächste Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.